Hey Leute, das ist jetzt sehr unangenehm, aber auch heute mal ein Video mit meiner Stimme. Ich zeige euch jetzt heute mal meine Superhelden-Sammlung von den Robotern. Zum einen haben wir einen Ghost Rider, grüner Kobold, Spider-Man, Wolverine und nochmal Spider-Man. Wollt ihr, dass ich noch mehr Videos mit meiner Stimme mache? Schreibt es in die Kommentare.